So, Vostok. Wie bliebt es Vostok bei Schienien? Hier kommt keiner runter. Die gehen alle zur Schule, Alter. Die gehen der Konfrontation aus dem Weg, ey. Aber auch nicht viele zur Schule. Ein Team. Auf wer ist von der Tolle geschossen? Ah, ich werde geschossen. Noch einen Schuss in dieser Falle. Das wird's ja... Oh, ich komme zurück hier. Von mir. Ich habe bei mir schon abgeschossen. Überfall der Mann, überfall ich. Ich habe überlegt. Wer schießt denn da? Weiß es nicht. Ich habe so einen leichten Rechtsdrall. Zu viel Gewicht auf der rechten Seite. Ich glaube, ich bin aber immer noch schneller als der Fuß, oder? Ja, komm, mach den hinten runter. Also bleib auf mich ruhig dahin. Da ist ein Fluss, Alter. Da ist es nicht, da ist Wasser. Ich war nicht schnell genug, damit ich... Boah, zieh euch mal meine Felgen rein, Leute. Ich bin auf Rakierten unterwegs. Ich dachte halt, dass man da geradeaus weiterfährt. Also muss man es nach Wasser fahren. Wir haben sonst auch ne Meer gefahren schon. Oh, geil. Habe ich nicht mitbekommen, dass da das noch Wasser ist. Go, Bill, we can do it! Okay. Du bist immer noch safe, dann würde ich wieder... Ciao, Bill. Ich werde richtig schnell. Ich wollte vielleicht... Du Assi! Wie er den Berghina runterrutscht. Wollen wir vielleicht nach Pochiguitas ja so mittig? Ja, können wir. Aber nehmen wir Bill mit, oder nicht? Nein, nein. Jetzt muss ich den ganzen Ding auch mal auf. Nicht einfach so zurückgleiten. Dann konnte ich auch nicht mehr aussteigen, weil es so schnell war. Ja, das war auch der Plan dahinter. Aber wir sind noch fast da, aber wir sind erst ausgestimmt. Weißt du nicht. Pass auf, wir fahren genau mit. Das ist eine tolle Idee. Das ist eine tolle Idee. Wir wollen nur immer die ganze Durchluft. Hier ist alles Wachwert. Hier ist Schluss. Los geht's. Jeder in andere Richtung. Spread. Spread out. Jemand tot? Nein? Loot, Loot. Oh, hier ist ein 3er. Ihr seid echt nicht gelootet. Was ist denn los? Hat jemand gesehen, wo die da sind? Nein. Will eigentlich das, aber... Ja eigentlich... Wollen die Asiaten nicht. Nein, doch. Rauchgranaten raus! Wollen wir dahinten, wenn der den Fall loslässt? Geht's denn gerade an, wie lange ist das? Oh Gott! Solltet ihr? Beide Erdungen, was ist denn das? Auf geht's! Das ist wie ein Raucher dann safe. Hä, echt dann, ja? Da hinten? Ja, wir haben mal einen hinten da. Also Pochicchio haben sie leer gelesen. Ich weiß nicht. Ich muss was an irgendeinen Schatz schreien. Mann, ich komm nicht über die Brücke. Jetzt werd ich auch beschossen. Ja, ich auch. Also, was heißt, wir werden beschossen, sie versuchen uns zu beschließen. Da fliegen aus, wir sehen Kugeln in unsere Richtung. Das wär auch ein Feature, Mann, wenn man Eimer auf den Kopf ziehen kann, wie soll es einer helfen? Was? Hab ich gerade in den Huffetti gesehen. Da ist einer am Airdrop. Direkt damit, wo? Warte, an dem Rechen oder dem Linken? Da, rechts. Ja, aber da. Ich seh aber nichts. Wollen wir mal in die Richtung einen Schuss abgelassen. Ja, wie weit die sind, ey. Wo ist denn der linke Airdrop? Ach, da links. Wo ist der linke Airdrop? Links. Wo ist der linke Airdrop? Ah, links. Ne, da rechts ist auch noch einer. Guck mal da, ganz rechts. Ja, deswegen ja. Hä? Ja, der hat ja zweimal losgelassen. Ja, der hat ja zweimal losgelassen. Ja, ja. Das weiß ich. Aber der da rechts qualmt nicht. Das ist noch ein älterer. Ne, der rechts qualmt nicht. Ne, der rechts qualmt auch. Ja, aber dann seh ich noch einen dritten. Oh, ich falle runter. Bei mir qualmt. Komm, wo wir hinlaufen. Wir laufen ja nicht selbst runter. Der Hölle. Ja, hier könnten welche unten drinnen. Ach ne, der qualmt jetzt doch bei mir. Ne, da auch. Keine Ahnung. An dem linken war auf jeden Fall einer, wenn ich das nicht sehe. Ja, die sehen noch ungelootet aus irgendwie. Ja, das täuscht. Hier ist bestimmt einer. Ach, sie hatten halt. Ich kann auch weiter hinten bleiben. Ich hab'm Achter, glaub ich. Ich guck weiter hinten. Was heißt weiter hinten? Ich stehe schon voll im Airdrop, aber egal. Ich bin hinter dir, Hermann. Danke. Cover me. Ich bleib hier an diesem Schmerz. Schalldämpfer wär schön. Ja, sowas haben wir noch gar nicht gefunden. Aber wurden wir hier nicht vorhin beschossen, als wir hier durchgefahren sind? Ja. Schade. Nur ne ABM. Das ist ja doof. Und ne Military West noch. Gut, die haben wir, glaub ich, alle, ne? Ah ne, das ist nur Cut-Looter. Was mit dem anderen Job der Erbotschaften-Looter ist? Weiß ich nicht. Ich war der Meinung, da vielleicht einen drangesehen zu haben, aber ich könnte mich auch täuschen. Was ist der Meinung, da vielleicht einen drangesehen zu haben? Also, ich seh da keinen. Ja, aber ich brauche ja, ich gebe jetzt Deckung. Ich werde jetzt nicht mehr... Ich will da eigentlich auch nicht werden. Warte, ich geh auf den 3er-Zurm und dann... ...mit 8er? Ja, ich hab noch einen 8er übrig, da waren zwei drin. Ja, hast du einen 7er? Ja. Hervorragend. Was hast du hier? Ne, Jungs, ich stehe übrigens von dem Erd. Ich hab selber auch so einen Extended Magazin dafür. Ja, gerne. Ich hab nur noch einen Quick Draw. 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 Da werden aber extrem beschossen. Ich hab einen. Äh, im Nordwesten von mir aus. Oh, ich seh die. Hat zwei Schüsse abbekommen. Ich weiß nicht wo. Ja, man weiß wo... Ähm... Ich hab einen tot. Ganz links. Der linkeste Hügel von uns aus gesehen. Warte, du guckst viel zu weit an links. Irgendwas hat mir noch gefehlt. Nordwesten. Oben auf dem Berg. So, hat jemand... Ah ja, der ganz oben. Der läuft da auch immer noch oben. Ah, naja. Ich hab ihn jetzt einmal kurz gesehen. Der hat zwei Hits von mir bekommen. Okay. Ja, der läuft da irgendwo jetzt links weiter runter oder so. 20 Gegner. Wir müssen mal alle töten jetzt hier. Sonst wird aus nichts, wenn einer kommt. Ähm... Da oben kommt ein Auto angefahren aus dem Süden. Oder Südwesten. Korrekt. Was hast du geschossen? Auf den Typen. Ja gut, das war auch klar. Was war der, glaub ich? Du kannst... Am Airdrop vielleicht? Hier kommt jetzt gleich was drauf. Soll ich mal zum Airdrop laufen? Ja, aber es war, glaub ich, der, der da dran war, oder? Weiß nicht. Kannst du jetzt gleich herausstellen? Weil das Auto hat oben. Ja, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh. Ja, da oben. Ja, da oben. Intuell sind wir auch jetzt nicht mehr safe, ne? Die sind total ab. Langsam. Was machen die denn da? Die haben hier nicht gedootet. Was denn das? Na gut, das ist die M249 wirklich. Nice. Die checken gar nicht von wo, alter. Oh, ich war beschossen. Oh, von wo? Ich weiß es nicht. War ein Sniper erschossen. Ich hab die Munizont rumliegen lassen. Oh, damn. Aber ich hab ein Headshot gegeben, alter. Nee, geh nicht in die Ecke. Komm hierher. Kann man, willst du die M249? Nee, ich will meine Freunde retten. Ich weiß nicht, wo die sind, aber wir die nirgeln. Ich hab einen von denen ausgenockt und einen hab ich in 3 Helmen. Der wurde aufgerufen. Ja, ja, ich hab genug. Und ich werde, glaub ich, beschossen. Wo sind die Helmen? Ich werde beschossen. Ich hab keinen Helm mehr dadurch, ne? Die sind oben an dem Jeep in 150 Südosten, aber ich werde auch nochmal beschossen. Du bist von jemand anderem beschossen? Ja. Müssen wir mal irgendwo einen neuen Helm suchen gleich. Warum müssen wir da hin, ne? Ich lauf einmal rüber. Ja, der steht hinter dem... Eingestiegen. Ja, ausgenockt. Ausgenockt. Da ist noch einer hinten drin. Ausgestiegen. Einer ausgenockt. Noch einer. Noch. Alle drei. Ne, zwei tot. Alle tot. Meiner ist gestorben, ja. Gut, ich hab zwei Kills dann. 12 nur noch. Schau unbedingt einen neuen Helm hier, Bro. Ja, da oben hab ich die Helme weggeschossen. Ich hab einmal... Dahinten ist ein Jeep. Stehen da noch welche? Nee. Wir müssen jetzt langsam mal in die Zone, ne? Hat jemand, ähm... 5, 4, 6er? Leider nicht. Ich hab nur 80 Schuss. Nicht jede Menge. Ich kann 7er geben, äh... Über 100. Komm mal her. Wieviel brauchst du? Weiß ich nicht, aber beide Waffen und die Ex-140 erhöhen. Ich hab hier einmal 40 Schuss hingelegt. Habt ihr noch irgendwo nen Feierhelm? Kannst du die 7er aufnehmen? Weil sonst passt das. Ja, aber sollen wir den Feierhelm? Nee. Ui, ui, ui. Was ist denn? Wo kam das? Äh... Irgendwo Nordwesten circa. Hast du 7er am Bild? Nee, ich hab, äh... Genug. Achtet drauf, oben sind auch noch Gegner, ne? Im Südwesten. Am Baum würde sonst fliegen. Wo waren wir denn? Da oben ist ein Jeep bei S255, da sind Spiele, Marcel. Ja? Jede Menge. Jede Menge. Da hab ich eben hingeguckt, aber da noch keiner. Oh, die Zone ist ja noch hier. Damn. SKS mit 8 Fahrtromen. Oh, nein. Die Zone macht richtig Damage Lauf. Die macht richtig Schaden. Ich leg mich noch in der Zone nicht in Schuss. Was passiert? Ehh, ein Spieler umkreistet von oben. Ja, einer ist hier am Baum. Der ist low, der ist low, der hat einen Arm-Hit. Wer, der liegt daneben. Ist weg, ist weg, ist tot, ist tot. Da kommt noch was runter, oben. Am Rieb. Aha! Fuck, ich sehe noch keinen Gegner. Mann! Ich glaube, ich hab's schon tot, Hermann. Nein, rettet mich. Bitte, bitte! Jetzt bin ich tot. Rettet mich, rettet mich! Und 4-Shit hinter dem Weg. Save me! Schieß auf den! Schieß auf den! Schieß auf den! Schieß auf den! Gebt dem Feuer! Gebt einfach Feuer da oben! Feuer! 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 Nein! Bleib hinterbauen! Direkt am Jeep. Direkt am Jeep bist du. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ach! Na komm mal, komm mal! Komm mal, komm mal! Fuck, ey! Was für Bullshit! Boah, der hat mir voll in den Nehmen geschossen. Alter, die 3er Weste kommt da drungen hier. Aber wir sind hier safe, Jungs. Die müssen zu uns. Wo ist dieses... Wo ist das... Wo ist das... Was geht's hier los? Irgendwo da oben. Bei den Bäumen am Jeep. Da ist hier einer ganz hinten. Der läuft rechts runter hinten. Dann will der uns flankieren. Dann will der uns flankieren. Einer läuft da oben an der Kante entlang. Hahaha, ausgenockt. Ah, schöner Schuss. Einer ausgenockt. Ich weiß nicht, wo die Gegner zu sehen. Das wirst du gleich alles sehen. Guter Job, Bill. Da croucht einer, davor. Davor im Gras croucht einer irgendwo. Ja. Wohne kommt. Wir müssen jetzt vorne. Also links über uns. Achso, da hat die Gegner versteckt. Hier steht hier oben, ja. Ich glaube rechts hinter uns kann keiner mehr sein. Da oben laufen wir ganz oben an der Hügelkante. Nein, da war einer. Da war einer. Da war einer. Auf 255. Da hinten am Baum. Siehst du ihn? 155? Nee. Nächste Zone, wir müssen zu denen. Kleiner Baum. Kleiner Baum. Direkt bei 255. Du siehst ihn? Jaja. Sieben Leute vielleicht schon die gerade mit. Wir sind im Vorteil. Wir sind mehr als die. Wie? Ja, man müsste mich auch mal aufheben. Diesmal. Ich seh die nicht. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Ich hab auch einen Kill bekommen. Ah, du wirst schon aufgehoben. 5. 5. 1 oder noch. Hä? Wie haben wir das gemacht? Ich möchte mit der M249 schießen. Ich kann doch jetzt hier nicht einen Schuss vorweilen haben. Hallo. Hallo Chinamann. Hallo. 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 Wir können es immer noch wasten. Ja. Ja, ja. Bleiben. Hallo. Ich komm von der anderen Seite Tiger. Hier. Soll der bitte sein? In deinem Krieg bestellt. Der Croucht irgendwo. Der Tod hier hinten oder was ist das? Hallo. Hallo Chinamann. Hallo Chinamann. Da siehst du in die Büsche. Irgendwo hier. Wo ist der? Sie liegt direkt vor mir. Warte, ich komm mit. Der kommt doch jetzt eh hierher. Ne, der kommt nicht hierher. Der ist doch safe. Nicht allein, muss man sehen können. Weiter links, weiter links. Nice. Wir haben wieder nicht gelebt und wir gewinnen. Der G. Hallo. Hallo Chinamann. Hallo. Hallo Chinamann. Ey Leute, aber es ist doch jetzt heute hier nicht normal, dass wir jetzt... Wir sind so gut auf einmal hin. So gut? Ich hab einen Kill. Auf geht's. Ich hab einen. Ich hab einen Fehler. Ich hab einen. Ich hab einen momentum, ich hab einenmmer. Ich hab einen. Ich hab einen. Und ich habe einen Calang. Ich hab einen schnellen. Und ich hab einen gewissenen Kasteel. Und ich hab einen. Ich hab einen Gelegen. Aber die Gef mig. Das ist so gut. Ich hab eine gewisse Schleifte. Ich hab an dasselrufenem Witz. Es ist noch dich. Ich hab einen Dianungsgericht. Das ist so gut. Wir sind was über einen Nudal. Vielen Dank.